Je nach Gerätetyp kann eine Verbindung mit dem CMC über Netzwerk oder USB erfolgen. All diese Anschlüsse befinden sich je nach Prüfgerätetyp auf der Vorder- oder Rückseite des Geräts. Auch eine kabellose Verbindung durch die Nutzung eines Wi-Fi-Sticks ist möglich. Über eine Ethernet-Netzwerkschnittstelle kann das CMC entweder direkt mit einem PC oder mit einem lokalen Netzwerk verbunden werden. Bei manchen älteren CMC-Modellen ist eine der beiden Netzwerkschnittstellen als optischer Anschluss ausgeführt. Aus Sicherheitsgründen muss bei Verwendung der Ethernet-Schnittstelle eine Prüfgerätezuordnung durchgeführt werden. Dadurch wird verhindert, dass bei Verbindung über ein lokales Netzwerk versehentlich ein CMC benutzt wird, das eigentlich schon von jemand anderem eingesetzt wird. Omicron Device Link stellt sicher, dass ein CMC immer nur mit einem einzigen Computer verbunden ist. Device Link können Sie von der Startseite aus aufrufen. Der Verbindungsstatus wird hierbei durch die Farbe des Feldes des Geräts dargestellt. Befindet sich das Gerät im Offline-Zustand, wird das durch das graue Feld dargestellt. Falls die IP-Adresse des Geräts sich nicht im gleichen Netzwerk wie der angeschlossene Rechner befindet, wird das durch ein rotes Feld angezeigt. Ein grün-grau gestreiftes Feld steht dafür, dass das CMC noch nicht dem Computer zugeordnet ist. Sobald dies geschehen ist, nimmt das Feld komplett eine grüne Farbe an. Nachdem Sie auf Gerät zuordnen geklickt haben, fordert sie die Software dazu auf, den Associate-Button zu drücken, der sich mit bei der Kommunikationsschnittstelle befindet. Im Anschluss daran sind CMC und Computer einander zugeordnet. Die Verbindung über den USB-Port erfordert keine solche Zuordnung, sondern funktioniert mit Plug & Play. Der USB-Port hat außerdem gegenüber dem Ethernet-Port Priorität. Für eine zuverlässige Kommunikation gibt es aber noch ein paar Dinge zu beachten. Eventuell muss zuerst ein Firmware-Update des Prüfgeräts durchgeführt werden, falls eine neue Test-Universe-Version installiert wurde. Benutzen Sie dazu die Schaltfläche Firmware-Update. Zudem besteht die Möglichkeit, die Software downzugraden. Zweitens, das CMC und der eingesetzte PC müssen kompatible IP-Adressen besitzen. Je nach Konfiguration Ihres Computers wird entweder eine automatische oder eine manuelle Konfiguration der IP-Adresse vorgeschlagen. Benutzen Sie die Schaltfläche IP-Konfiguration, um die IP-Adresse des CMCs zu ändern und stellen Sie gegebenenfalls sicher, dass die verwendete IP-Adresse im Netzwerk einmalig verwendet wird. Schlussendlich ist noch die richtige Konfiguration einer eventuell vorhandenen Firewall notwendig. Während der Installation der Test-Universe-Software wird die Windows-Firewall bereits automatisch richtig eingestellt. In manchen Fällen ist dabei ein manueller Eingriff notwendig. In einem solchen Fall ist es oft sinnvoll, wenn Sie mit Ihrem Systemadministrator in Kontakt treten, da vielleicht nur er die nötigen Rechte hat, um Änderungen vorzunehmen. Der Omicron Tech Support hilft Ihnen gerne weiter, sollte ein Verbindungsaufbau zum CMC scheitern. Die Startseite enthält unter dem Menüpunkt Dokumentation einige Elemente, die Ihnen helfen, mit der Test-Universe-Software zu arbeiten. Sie finden hier zum Beispiel alle Software- und Hardware-Handbücher. Hier ist das erste Schritte-Handbuch, das sich an Test-Universe-Anfänger richtet, besonders zu erwähnen. Handbücher wiederum bietet die Möglichkeit, nach Details zu spezifischen Themen zu suchen. Bei Hardware- oder Softwareproblemen stehen Ihnen mehrere Tools zur Verfügung. Unter technischer Support finden Sie entweder unter Support für alle Fälle oder unter Kontakte Möglichkeiten, den technischen Support zu kontaktieren. Omicron Assist sammelt zahlreiche Informationen über Ihr System und sendet diese nach Rückfrage an den Omicron Tech Support. Unter Diagnose und Kalibrierung finden Sie die Möglichkeiten, um Hardware-Tests durchzuführen oder das Prüfgerät zu kalibrieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017